...Polizeiverhör. Seid ihr Herr Moser? Grüße, Herr Moser. Hört, Herr Moser, ihr wisst ja, worum es geht. Hört, Herr Moser, erzähl mir doch jetzt alles schön der Reihe noch. Wegen was habt ihr den Krach gehabt? Wegen der Himmel, ja. Hätte der Papagei eurer Frau gehört? Ja. So? Wo, in der Badewanne? Ja, aber der ist ja nicht ganz nass geworden. Ja, der hatte. Eben, darum, ja. Wem, der von eurer Frau oder der von der Nachbarin? Aha, und nachher seid ihr ins Bett gekommen? Wer? Eure Frau? Wo hat sie denn die Bierflasche genommen? Aha, und wenn seid ihr dann wieder zugekommen? Ja, da, da. Aha. Wo war das? Ja, leider, Herr Moser. Aber ich brauche es nicht. Ja, das kann jeder sagen. Aber okay. Hört, Herr Moser. Hört, wenn ich euch wäre. Ja. Ja. Ich ließ eure Frau wieder aus dem Kauer raus. Und er würde ihnen etwas anderes auszökeln. Ja. 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 Ja.